Ich gebe dir noch eine Übersicht über alle 12 Schüsselersalze. Und zwar mache ich das so wie Dieter Thomas Heck damals, in umgekehrter Reihenfolge und schnell. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aus der aktuellen Hitparade damals. Es ging immer rasend schnell und in umgekehrter Reihenfolge. Ganz so schnell kriege ich es wohl nicht hin. Aber ich gebe dir einfach einen kurzen Überblick über die 12 Salze, die wesentlichen Stickpunkte. Nummer 12, Calcium Sulfuricum. Das ist das Domestos deines Körpers, die D-Zündung und der Lymphsystemkatalysator. Die Nummer 11, Silicea, das Salz der Schönheit und der Verjüngung. Da kennen wir uns merken, Bergkristall und Bambus. Die Nummer 10, Natrium Sulfuricum. Das ist die Ausleitung schlechthin und die Leberunterstützung. Die Nummer 9, Natrium Phosphuricum, ist die Säure-Basen-Ballons und der Stoffwechsel-Turbo. Die Nummer 8, Natrium Chloratum, ist das Salz für den Flüssigkeitshaushalt im Körper und die Verdauung, den Darm. Die Nummer 7, Magnesium Phosphuricum, ist für den inneren Buddha in uns. Das ist die Muskel- und Nervenbalance. Die Nummer 6, Calium Sulfuricum. Das ist der Detox-Turbo schlechthin, chronische Entzündungen und Leberunterstützung. Die Nummer 5, Calium Phosphuricum, das ist Energie für Herz und Hirn und auch ein Glückskeks, ein kleiner. Die Nummer 4, Calium Chloratum, Entzündungen, Schleimhäute, Drüsen. Die Nummer 3, Ferrum Phosphuricum, der Immunbooster, das Akutmittel schlechthin, die innere Ritterrüstung. Nummer 2, Calium Phosphuricum, der Tausendsasser, starke Nerven, starke Knochen, das Aufbaumittel schlechthin. Und Nummer 1, damit Sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen können, das Struktursalz und das Schrecken aller Zähne. Aller Zahnärzte, nicht aller Zähne. Guten Appetit! 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 Guten Appetit!